Bist ready? Und ganz viele Strats. Ja. Was machst du? Kurz oder Monster? Nein, boost, boost, boost. Jetzt sind sie nicht gefasst. Boost bin ich beim Holz schnell. Ja, ich booste. Renn, renn, renn. Und schon auf lang rum. Ja. Ah, GG. Nevermind. Jetzt boosten sie. Lang. Ohne Schott und eine Lang, oder wie? Ja, ohne Schott. Ja. Ja, vielleicht zurück. Ohne ist hinter der Sandzett. Ja. Ohne war Schott. Oh, schön. Schön für mich. Was ist der Ticket? Ah, Kimbo-Baretta. Was ist mit den Leuten? Also echt? Ja. Ja. Okay, boost jetzt einmal schnell. Dann wollen wir doch herbringen. Bin gerade nicht klein. Einfach gestorben gewesen. Oh. Und ich stand gleich auf. Also spring bitte, Gernhard. Wenn du oben bist. Schön. Ich habe eine Bombe. Puscht nicht zu hart. Wenn du aufgehörst, können wir ihn wieder gehen. Oder sonst. Oh, komm lass dich auch knifeln. Er ist ein Macher. Ja. Ah. 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 Ja. Wenn die Fuse ist, hole ich mir den guten Nudelstern. Magst du nochmal, oder? Nein, nein. Jetzt war's das. Oh. Lang. Vorne kurz, vorne lang. Oh, ja, der kurz Kooper. Vorne belegt. Nice. Sitchi. Gut reacted. Was hat der Kett? Oh, gelähmt. Weg mit der Reli... Ah, scheiße. Ich habe wieder einen Schmutz, oder? Aber Galil ist voll die gute Waffe, nicht? Ja, aber ich mag sie nicht. Ja, das ist... Der Sound ist kacke. Aber wenn du das magst, dann schaue ich mich schon mal da durch. Gucken beide lang, glaube ich. Habe ich. Oh mein Gott. Aber ich mag sie, weil... Sie lässt ihn voll einfach schiessen, nicht? Im Gegensatz zu den anderen. Das ist halt eine AK-erklärbilligere. Aber die UMP ist einfach so geil präzise. Die Doktor... Ich mag ja auch so gerne, ich spiele UMP einfach. Ich spiele sie leider zu wenig. Voll günstig. Ja, ja. Ja, halt der MP ja. Sie macht jetzt nicht so Damage wie AK, aber... Du kannst gut auf den Kopf gehen. Siehst? Ah, da steht da im Eck. Oh, der Kack. Was machen wir das? Da kann er... Ah, da wäre der Kack gewesen. Scheiße, ich werde nächstens wieder UMP. Nein, das war ein Galil gewesen. Schon ein Galil. Nein! Achso, ich habe einen UMP ja wieder. Zum Glück. Du hast meine, ja. Ich wollte die Galil loswerden. Ja, die Galil geht auch gut auf den Kopf. Ich finde es ja auch brutal. Ach, scheiße, das wäre ein Jump-Buch. Nein, ich bin an die Dracoma, glaube ich. Die kommen jetzt wieder lang. Kannst du schauen? Ja. What the fuck? Mann, das ist... Oh, AK. Nice, danke. Oh ja, aber... Aber ist schon schwierig eigentlich, nicht? Für den... Du hast... Zwei Möglichkeiten. Ja, aber sie müssten halt... Sie müssten halt einfach mal eine Flash rüberthauen. Sie kommen halt einfach ohne Granate reingehen, oder? Und das vierte Mal hintereinander jetzt schon auf lang, oder? Ja. Oh, true. Sie müssten halt mal eine Flash durchchauen. Da ist auch eine AWP ganz hinten. Ja, pass auf. Oh, AK. Ich kann zu diesen Threads. Ja. Schau, jetzt nehme ich auch mal eine Granate in die Hand und schon kriege ich wieder... ...einen UMP-Headshot. Kurz ist, hat 20 KP. 19 KP. 19 KP. Schön. Jetzt muss ich ja nur noch da AWP ausrennen. Und easy. Ja. Es ist schön. Ja. Es ist schön. Wie geht das jetzt? Ich bin der aber ganz genau. Ich bin der... Der ist schon ganz einfach. Ja, ich bin der. Das geht ja auch... ...und wenn ich da jetzt einfach auf die Hand verbleibe. oder wie? Ja, der ist nicht ganz einfach. Der ist nicht ganz einfach. Ja, der ist nicht alles richtig richtig. schade wie viel schmeckt mann 16.000 im wingman 8000 16.000 und fragen will ich gar nicht einmal window für mittaliger die hebt der schwarze du kannst lang machen er ist lange schon durch gute info er hat die awp-kette aber er reagiert wie ein 70 jähriger muss echt wieder mehr anfangen die ump-spieler ist echt gut gelaufen macht echt spaß ich habe einen fehlkauf gemacht sollen wir zähmert lang durch ja na warte einfach auf lang kurz bevor sie als kauf fahren wir schauen dann nur im tunnel entlang die werfen doch doch musst du da musst schämen glück der pikt gleich mal nach hinten oder nicht kann man boosten Wir gehen nicht, wir gehen nicht. Wir gehen nur hin, ja. Nein, wir gehen nur hin. Wir sind schon vor dem Jumbo. Ah, Wind. Ah ja, hab ich mal einen Hicke. Ja. Er ist beim Abespringen gestorben. Ah, das tut... Es tut schon ein bisschen weh. Ich hab nämlich gerade gehört, wie er abgesprungen ist und wollte peaken in dem Moment. Warum ist er tot? Ist das peinlich. Die letzte Runde hupft ab und verreckt einfach am Falldamage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.